So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn wir sind eigentlich noch mitten im Elektro-Event. Heute Abend wird es denke ich mal keinen Stream geben, Pupsi ist da, Pupsi kommt heute auch schon eher, wir wollen mal ein bisschen Zeit so haben und ich habe ja hier immer noch bei Elektro statisch diese Aufgabe drin mit Power-Ups. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich Power-Uppen soll, die meisten von euch Power-Uppen einfach irgendwas, was ein guter Tipp ist, wenn man wirklich nicht weiß, was man Power-Uppen soll, man geht einfach auf WP, sortiert nach den wenigsten WP natürlich und wenn ihr seht, ihr habt so Pokémon mit 10 WP oder irgendwas und gebt da ein Power-Up, kostet euch das nur 200 Staub und ein Bonbon, das könnt ihr so lange machen, bis es mehr als 200 Staub sind. Jetzt seht ihr hier, würden es schon 400 Staub zunehmen, also könnte man 1, 2, 3, ich glaube 4 Power-Ups machen für jeweils 200 Staub und dann nimmt man das nächste und das nächste von den kleinen Pokémon. So kann man ganz günstig mit wenig Staub diese Aufgabe beenden, wenn ihr wirklich nichts habt, was sich lohnt zu pushen. Ich will aber nicht irgendwas kleines Sinnloses pushen und dann habe ich gedacht, ich kombiniere das, denn ich muss nicht nur was pushen, es ist auch so oft die Frage in den Streams immer, Ramses, zeig mal alle deine Hunder da. Wir wissen alle, die sind nichts wert, ja. Dann habe ich mir aber gedacht, ich mache mal so ein großes Video, das große 100% IV und Push-Video, ich habe doch keine Ahnung, wie ich es nenne, egal. Es bezieht sich also alles auf 100% Pokémon. Wie zeigt es eure Hunderter an? Wie gesagt, ihr gebt hier 4 und Sternchen ein, dann zeigt es euch alle eure 100%igen Pokémon an. Auch in den Spotlight-Stunden wird immer wieder gefragt, wenn da 5 Millionen Voldo-Ball rumsitzen, was die letzte Spotlight-Stunde war. Die nächste Spotlight-Stunde wird mit G-Wire sein, komischer Bonus dabei, ist nicht als Shiny verfügbar, ist kein nützliches Pokémon, aber auch da wird sicherlich wieder die Frage aufkommen, was hat das Hunderter? Und ihr wisst, wilde Pokémon können von Level 1 bis 35 sein und auf jedem Level hat es einen anderen Hunderter-Wert, ne. Und bevor man sich alle 35 Werte versucht zu merken, könnt ihr doch auch einfach das Pokémon entweder bewerten, wenn ihr es gefangen habt, ne. Bewertet ihr halt einfach, dafür habt ihr die Funktion im Spiel, bewerten. Oder ihr gebt einfach ein 4 Sternchen und dann zeigt euch das die 100%igen an. Die könnt ihr sortieren nach WP, die könnt ihr sortieren nach Name, nach Favorit, nach Funddatum. Ihr müsst das halt dann nach Funddatum sortieren. Und dann wisst ihr ja, wenn da jetzt von der Spotlight-Stunde eins dabei war, dann habt ihr einen Hunderter, wenn nicht, dann nicht. Wir wollen das jetzt mal gleich so drin lassen. 4 Sternchen, damit das nur die 100% Pokémon anzeigt. Und wollen jetzt mal gucken, was haben wir denn alles als Hunderter. Und vor allem, was kann man davon noch ein bisschen pushen. Denn gerade bei den Mega-Pokémon, die ich auf 100 habe und die ich auch als Best Buddy machen möchte, möchte ich die vielleicht auch mal auf Level 50 haben. Wir haben hier zum Beispiel ein Mega-100-Bisa-Flor. Das heißt, bei dem habe ich die Mega-Entwicklung schon mal durchgeführt. Das braucht auch nur noch 40 für die Mega-Entwicklung. Hat jetzt 1195 Mega-Energie. Und wir können da sogar noch ein paar Power-Ups draufgeben, weil wir schon ein bisschen XL-Bonbons gesammelt haben. Wir pushen also alles mal ein bisschen. Sind nur 87 WP, die jetzt dazukommen. Ist jetzt aber auf 2,8, 0,7. Und das ist auf jeden Fall höher, als normalerweise ein Bisa-Flor kommen kann. Da haben wir also was draufgegeben. Bei Glurak haben wir gleich drei verschiedene. Ihr seht, die sind alle auf Level 40. Mit 2,8, 8, 9. Das hier habe ich aber zum Mega entwickelt. Das war nämlich auch gleichzeitig ein erlöstes. Braucht 40 für die Mega-Entwicklung. Und da möchten wir auch ein paar Power-Ups draufgeben. Da können wir sogar mehr machen. Wir Power-Uppen also hier 108 XL-Bonbons und kommen sogar jetzt schon auf über 3000 WP. Das ist natürlich heftig, denn wenn ihr das jetzt Mega entwickelt, ihr seht die Werte, hat das als Glurak Y 4700. Und das ist sehr cool. Wenn wieder irgendwas kommt mit einer Feuerschwäche, ich weiß immer nicht, wofür man Feuer-Pokémon einsetzt, aber egal. Dann können wir da natürlich gut Schaden machen. Hier Mega-Klurak, auch Hunderter. Äh, Klurak, Mega-Turtalk. Damals vom Sea-Day, wundert euch nicht, das ist Shiny. Und hat eine Sonnenbrille, ist kostümiert. Damals beim Sea-Day, beim Shiggy Sea-Day, gab es die normalen Shiggy's Wild und die mit Sonnenbrille aus den Quests, aus den Feldforschungen. Jetzt war das Besondere natürlich, wer ein Shiny-Sonnenbrillen-Shiggy an einem Stop gefunden hat aus der Aufgabe. Der konnte das allen seinen Freunden sagen, denn jeder, der dorthin ist, hat an diesem Stop ein garantiertes Shiny-Sonnenbrillen-Shiggy bekommen. Und ich hatte das Glück, eins davon war sogar ein Hunderter. 2, 4, 6, 6 ist nicht viel, aber wir können auch hier Power-Ups geben. Zwar nicht so viele, aber trotzdem, wir pushen das auch einfach ein bisschen, geben heute nämlich ein bisschen Staub aus. Wir werden mal gucken sollen, wie viel Staub wir vorher haben. Nach dem Video, wir waren bei 10 Millionen. Wir sind bei 10 Millionen einfach, haben wir hier auf jeden Fall das Nächste. Dann haben wir hier Smetbo, gut, das hat keine Mega-Entwicklung, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nichts entwickeln. Äh, es geht nur darum, wenn ich jetzt sehe, ich habe mehrere Hunderter auf der Hand, wo ich die Familie noch nicht durchentwickelt habe, das könnte man auch machen. Hier ist aber wieder ein Mega-Pokémon dabei, das heißt, das können wir auch wieder entwickeln. Kostet auch nur 20, dann mal 218. Da können wir also ganz viel drauf geben. Kommen wir auch auf über 2.000, das sieht gut aus. Taubos müsste dann das Nächste sein. Genau, habt ihr hier Taubsi, Tauboga, dann hier Mega-Taubos. Da können wir auch natürlich einen ganzen Satz drauf hauen. 182 wäre das, kommt es auf 2.322. Ist vielleicht ein bisschen trocken, das Thema oder das Video, aber wer sich halt für die Hunderter-Sammlung interessiert, sieht das. Hier sind auch mehrere Pikachu als 100 da, theoretisch. Weiß ich nicht. Reicht es eigentlich, wenn man das Original-Pikachu hat? Den Rest könnte man eigentlich verschicken, weil das ist eigentlich alles nur Platzverschwendung. Sandan, Sandama, Nidoran, Nidoqueen. Ich habe zwei Nidoqueen. Eins mit hohem Level, eins mit niedrigem Level. Theoretisch könnte man das auch wegschmeißen. Gefangen durch die befristete Forschung. Wollen wir das wegschmeißen? Wir heben es erstmal auf, aber eigentlich mit Nidoqueen macht man eigentlich nichts. Ich glaube, das könnte trotzdem wegfliegen. Dann haben wir hier, dann haben wir da, Wulpix, Normal- und Alola-Form, Pummeluft, Zubat, Mirapla, Paras, Blutzug, Diktar, Diktri, Mauzi, beide Formen, Endon, Mangi, Vulcano, Quapsel, Abra. Ganze Familie. Da ist immer schön, wenn man Simsalat, da kann man ruhig ein paar mehr machen, die waren sehr cool. Macholo, Machok, 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 Machomai, Machomai. Da haben wir dank dem C-Day das Ganze ja sogar auf Level 50 gepusht und ich habe immer noch 139 übrig. Ich könnte sogar auch nochmal 150 XL-Bonbons machen und dann wären das 289, 296 braucht man, glaube ich. Ja, da könnte man ein zweites noch machen. Ich will aber wirklich nur einen. Den muss ich im Prinzip also auch noch zu Best Buddy machen, damit ich die Hunderter alle als Best Buddy habe. Knofenser, Tentara hier, Kleinstein, Familie. Da war es früher schön, einfach als Geowatz eine Armee zu haben. Hat jetzt hier auch Gesteinsattacken irgendwas drauf. Ponyta, Fleckmon, Magnetilo. Könnte man sich natürlich noch ein paar Magnetzone machen. Porenda, Gala Porenda, Dodu, Jorops, Laima, Muschas, Austos. Hier, das habe ich letztens erst erhalten, ganz neu, durch den Trade mit Jojo. Ist das Lucky geworden und durch Zufall beim Tauschen ein Lucky Hunderter. Also das muss man eigentlich behalten, egal ob man das jetzt braucht oder nicht. Das muss man eigentlich behalten, das ist so ein kleines Andenken. Hier haben wir Mega Gengar. Kann man das pushen, wenn das Buddy ist? Ja, damit laufe ich gerade. Das will ich gerade zu Best Buddy machen. Aber auch hier können wir eigentlich schon ein paar Pushs dazugeben, dass wir das unterscheiden können. Denn wenn ihr im Beutel alle habt und alle sind auf 40 und alle haben die gleichen WP, dann blickt ihr ja manchmal gar nicht durch und sagt, hä, ist das jetzt das oder das? Mit welchem laufe ich sonst immer? Also Power Up drauf, auch über 3000 Gengar haben wir hier. Und wenn wir das jetzt entwickeln würden, ihr seht, 4600 kriegt das dann in der Mega-Entwicklung. Sieht also auch gut aus. Äh, Onyx, Traumado, Krabbi, Kingla. Kingla darf man nicht unterschätzen. Mit Krabhammer ist das auf jeden Fall ein mega heftiges Pokémon. Das heißt, bei dem möchte ich auch ein bisschen was drauf geben. Erstmal hier auf 2829. Und hätte sogar noch... Wie hoch kommt das, wenn wir das komplett machen würden? Auf 3198, also fast 3200. Ich glaube damit, das hat ja jetzt keine Mega-Entwicklung, würde ich aber trotzdem dann warten erst mal, äh, bis ich die Bonbons voll hab und das im ganzen Mal machen. Voldoball, Owei, Kogowai, Tragoso, Knogga, Kikli, Nokchan. Das war auch sehr cool. Am Raid Day, es gab ja einen Alola Knogga Raid Day. Da waren wir draußen, haben mit dem Handy live gestreamt. Sind rumgelaufen und haben die 5 freien Pässe bei Knogga weggemacht. Und da gab es dieses Hunderter. Das müsste, das war gefangen, gefangen beim Raid am 31.10. Und schon alleine die WP sind legendär. 1337 als WP. Hup! Alola Knogga aus dem Raid, 100%. Das sieht also richtig heftig aus. Dann haben wir hier Schlur. Wir haben Smoggon, Rihorn, Rizaros, alles, Tangela, Kangama, Seba, Goldini, Sterndu, Pandemo, Sichlo, Rosana, Eeeh, Lektek, Magma, Pinsir, Tauros. 100%. Kabador war, glaube ich, eins, haben wir am Kabador C-Day, ne, Kabador C-Day, war das? Ich glaube, es war sogar Kabador C-Day, ich weiß es nicht. Mit dem Klicker gefangen. Mit dem Klicker, wir haben klickern lassen die ganze Zeit. Ich habe ein paar Shinies bekommen, wir gucken uns die Shinies an. Wenn ihr dabei wart im Stream, wisst ihr das vielleicht noch. Ach ja, hier Shinies, wir bewerten mal alle 100% einfach irgendwas dabei. Mega-Garados müssten wir, glaube ich, schon auf Level 50 haben. Genau, Labras. Labras ist cool. Haben wir natürlich keine XL-Bonbons, haben wir gar nichts. Ditto ist cool, haben wir aber auch keine Bonbons. Ein cooles Ziel wäre natürlich hier die ganzen Aquanas vielleicht mal auf... Komm, wir sind mal so nett, wir pushen mal die ganzen Aquanas auf Level 40. So, das heißt, das kommt auf 3114. Ich meine, damit hat es angefangen. Damals Aquana war immer der, mit dem man die ganzen Arenen platt gemacht hat. Wenn man sich einen Platz erkämpfen musste, man musste immer auf Aquana setzen. Und wenn wir Aquana pushen, dann pushen wir die anderen auch, damit die ganze Familie vereint ist. Aber halt nur auf Level 40 jedes Mal. Wo wir sehen, dass Blitzer wohl das Schwächste ist von denen. Flammara geht auch gut ab. Mit 3029, okay. Sind so die Pokémon für Anfänger. Also wer jetzt frisch ins Spiel kommt und noch gar keine Pokémon großartig hat. Evoli ist einfach die erste Wahl für Leute, die Pokémon brauchen. Weil Evoli für 25 Bonbons könnt ihr entwickeln. Das ist so wenig. Ihr könnt damit laufen. Habt schnell die Bonbons zusammen. Wenn ihr ein hohes Evoli habt, entwickelt das. Dann habt ihr schon einen guten Elektroangreifer. Ihr habt einen guten Wasserangreifer, einen guten Feuerangreifer. Ihr habt eigentlich alles, ne. Wie gesagt, damals altes Arenasystem. Da saßen noch 10 Viecher drin. Da saßen 10 Relaxus drin. Oder 5 Relaxus und 5 Dragoran. Damals mit der Freundin hin an die Arena. Aquana, Aquana, Aquana. Immer draufgehauen, draufgehauen, draufgehauen. Um das alles rauszufüllen. Früher gab es nichts. Es gab keine Legendären. Es gab gar nichts. Wir mussten alles mit Aquana machen. Äh, 100% Aerodactyl. Das finde ich eigentlich noch cool. Das heißt, da würde ich auch mal was draufgeben. Und kommt auf 2783. Ja gut, das ist jetzt nicht die Wucht. Das Relaxo müsste, glaube ich, schon auf 100 sein. Ist auch Best Buddy. Genau, deswegen, das hat mehr als die anderen. Zapfdos. Haben wir gepower-upped. Aber da können wir noch Level 40. Wir können noch einen Push machen. 100% Zapdos. Gab es letztens ja erst auch diesen Raid-Day mit Zapdos, Arctos, Lavados. Gerade nachdem ich frisch meinen 100% Mewtwo bekommen habe, durch Zufall, wollte ich die 5 Raid-Pacer wegmachen. Und habe dann einfach noch einen 100er Zapdos bekommen. Bei Lavados kann man nichts geben. Äh, ist hier noch was frei. Wir haben 17. Wir können bei dem noch einen Push machen, ja. Ein Push reicht. Ist ja auch Best Buddy. Also die, die 100 sind und Best Buddy, die möchte ich auf jeden Fall hochziehen. Ansonsten haben wir da das Mewtwo. Da geht auch nichts weiter. Ihr seht, das ist komplett Level 50. Das hat alle Attacken drauf. Das sieht gut aus. Hier das 100% Mewtwo mit Rüstung. Geht aber auch nicht weiter. Fehlen auch die XL-Bombombs. Endivie, da sind jetzt noch keine Mega-Entwicklungen da. Deswegen, ich würde die erstmal so lassen. Die Starter alle. Beziehungsweise, aber hier müssen wir gucken. Das ist ja der Liebling vom ISPO. Deswegen, pushen wir den noch ein bisschen. Mal gucken, wie weit das geht. So, auf 2.8 auch. Müssen wir es später nicht machen. Obwohl wir das wahrscheinlich später hätten dann machen können. Hat das überhaupt eine Mega-Entwicklung? Ich weiß es nicht. Haben alle Starter immer in jeder Generation eine Mega-Entwicklung. Dann haben wir hier wieder den kleinen Mist. Ne, Togetic am Start. Na, du, Xaru, Voltila, Mega-Ampheros. Das ist 100, das ist 100. Das kommt sogar auch sehr hoch. Mega-Entwicklung geht auch. Wir pushen das also jetzt auch mal hier auf 3.000. Von 2.8 auf 3.1. Und wenn wir dann eine Mega-Entwicklung machen, kommen wir sogar auch auf 4.7. Also Mega-Ampheros. Okay. Bleibt am Start. Ist interessant. Hopspross hier. Dingsbums. Alles. Morlord. Morlord war auch eins. Das musste ich für die Level... Um Level 50 zu werden, musste man drei Pokémon pushen. Auf Level 50. Morlord war eins davon. Denn guck mal, ich habe jetzt immer noch 275 Felino XL Bonbons. Da gab es ja diesen Felino-Tag. Die saßen einfach überall. Hat man das mitgenommen. Hier dasselbe. Wir haben die Familie gemaxed. Also maxen wir das natürlich auch. Das Psyana auch auf 3.100. Meiner Meinung nach sowieso immer noch die nützlichsten Pokémon. Psyana und Glaciola. Wenn wir von den Evoli-Entwicklungen ausgehen, sage ich immer, Psyana und Glaciola sind die heftigsten. Nachtara zum Beispiel. Damit kann ich gar nichts anfangen. Finde ich richtig scheußlich. Nachtara. Das hat so wenig WP. Ich habe noch nie mit Nachtara irgendwas gemacht. Also Nachtara... Weiß ich nicht. Ikognito. Haben wir letztens ein Video gemacht. Haben Ikognito gepusht. Auf Level 40. Girafarik. Hier auch. Durchs Tauschen eins bekommen. Von Girafarik. Ein Hunderter. Genau. Dummisel Skorkler. Onyx. Snubbull. Hier auch beim Snubbull. Begrenzte Forschung. Mit Snubbull. Ne. Der Quest. Ja. Der Quest. Ne. Ja. Das ist ja dasselbe. 100%. Snubbull. Shiny. Aus der Quest bekommen. Das können wir weglassen. Potrot. Hier Skaraborn. Ist das Level 40? Ja. Weiter geht's nicht. Snubbull. Teddy Ursa. Quiegel. Corazon. Remorite. Remorite. 10 Millionen Bodogil. Äh. Hundemon. Mega Hundemon. Genau. Da ist wieder eine Megaentwicklung. Da können wir natürlich auch was drauf geben. Geht auch direkt mit. Ähm. XL-Bombombs weiter. Sind nur 50. Der war schon Level 40. Ist jetzt ein kleines Stück weitergekommen. Der muss natürlich noch viel viel mehr. Raikou. Hammer. Machen wir noch ein Stück. Komm. Zwei Powerups. Gehen noch. Ist auch günstiger vom Staub. Wie man sieht. Auch Hunder da. Da freue ich mich besonders. Vor allem das Zapdos. Gelb. Raikou. Gelb. Dass ich da diese sogenannten Wappentiere. Die gar keine Wappentiere sind. Also Raikou nicht. Nur Zapdos eigentlich. Also aber hier. Wo ist denn das Erlöste da? Ihr. Das Erlöste Despot da. Ist auch schon auf 4006. Auch mit Katapult Steinkante. War erlöst. Ist ein Hunderter geworden. Hätte man im Nachhinein vielleicht so lassen sollen. Wie es war. Hab's jetzt so gemacht. Egal. Gegabor. 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 Flemli. Bim. Bam. Bum. Achso. Genau. Jetzt hier muss ich mal drauf achten. Ich glaube das habe ich die ganze Zeit verschwitzt. Gegabor. Reptine. Flemli. Junglu. Ach nee. Das passt auch. Hydropi. Da fehlt ja was Ramses. Genau. Wir müssen mal kurz ein Hydropi entwickeln. Weil wir irgendwie die zweite Form nicht mehr auf der Hand haben. Das heißt. Wir wollen ja wieder ein Hydropi. Wir wollen das zweite. Und wir wollen Sumpex. Und ihr seht immerzu. Dass ich den Namen vom zweiten nicht weiß. Deswegen steht es hoffentlich gleich da. Morabel. 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 Mor. Mehr Äpfel. Genau. Jetzt ist er doch wieder dazwischen. Genau. Der darf nämlich auch nicht fehlen. Hier können wir aber mal gucken. Ist da noch was? Hier. Power-Ups. Warum haben wir nichts gemacht? Kann man doch hier auch mal Power-Ups geben. Obwohl der hat Erdbeben. 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 Ja. Weil ich den damals immer als Bodenangreifer genommen habe. Und habe natürlich gegen Heatran und so immer Duro-Rates gemacht. Deswegen haben die alle Erdbeben. Der ist aber jetzt auf 2,9. Ich würde trotzdem. Dann muss ich mit einer Legacy-Attacke arbeiten. Mit einer Top-Lade-TM arbeiten wahrscheinlich. Obwohl. Wir warten mal. Vielleicht kriegt man Aqua-Hobitze nochmal. Und dann entwickle ich halt noch eins von den anderen oder so. Das müsste auf jeden Fall auch irgendwann gehen. Hier die Waumpel-Familie. Das war auch ein Schrecken. Die voll zu kriegen. Lothurzel ist hier. Samurzel ist hier. Schwalbini. Das sind die Trasslers. Obwohl. Wir sehen. Da fehlt auch wieder das dazwischen. Das heißt. Wir entwickeln ein Kirli ja noch. Weil Kirli ja wieder fehlt. Dafür ist das Video. Ich will, dass die Familien vollständig sind. Weil man manchmal so viel entwickeln musste zwischendurch. Und dann wieder da welche hatte. Also. Da fehlt dann was. Vielleicht ist es Verschwendung. Vielleicht sollte man einfach alle komplett durchentwickeln. Dass man immer von jedem nur die Endentwicklung hat. Weil wozu braucht man 100er Kirli ja. Braucht man eigentlich nicht. Ist aber jetzt hier da. Ich habe bestimmt eh schon was ausgelassen. Das weiß ich nicht. Das wisst ihr vielleicht dann besser. Bummels hier. Sonst was. Keine Ahnung. Netta King. Ja. Der ist groß und stark. Aber. Wir haben natürlich keine Bonbons. Da sind wieder drei. Da ist zwei Nasknet. Da kommt ja hinten dann. Durch die Entwicklung. Ist das ja später erst. Sobier ist Flunkiefer. Hier auch. Siehst du genau. Hier durch den Tausch. Auch 100% erhalten. Aber wir haben ja das hier als 100%iges. Und können da auch Powerups machen. Oh mein Gott. Das hat schon 493 XL Baumoms. Das heißt. Das können wir auch komplett maxen. Hä. Das ist ja. Wenn ich am Ende bin. Und drücke noch einmal auf Plus. Ist es gleich wieder weg. Oder was. Auch wie ich sehe. Kann man einfach nur auf Minus drücken. Stimmt. Das neue Update gibt es ja. Wenn ihr jetzt Items wegschmeißen wollt. Und ihr habt 900. Ihr müsst nicht die ganze Zeit auf Plus bleiben. Um bis zu den 900 zu gehen. Ihr drückt einmal aufs Minus. Wenn ihr bei 1 seid. Und seid gleich am Ende. Das seht ihr hier auch. Aber wir werden das jetzt erstmal buschen. Obwohl das richtig cool aussah. Mit genau 3000. Jetzt hat es halt natürlich 3000. 391. Mediti. Dings. Fritzl. Blitz. Voltenser. Plus. Laminon. Dinge. Schlupbuck. Schlupbuck. Welche. Was machen wir hier? Kamau. Ein Kamau. 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 Bei einer Spezialforschung aus der Quest geflogen. Da steht natürlich nur einfach gefangen da. Kudel. Äh. Spoing. Dings. Gronk. 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 Knacklion. Wie braver. Genau. Ich muss immer drauf achten. Dass genau. Die Familien vollständig sind. Krebskorbs. Ja das ist Schmutz. Genau. Barsch war. Formio. Formio. Kommt ja bald im Regen Event. Warum zeigt das jetzt nicht an. Im Regen Event. Keine Sorge. Video folgt noch. Man muss ja nicht der Erste sein. Wenn der Erste das macht. Und sagt in zwei Wochen ist ein Event. In zwei Wochen weiß es eh keiner mehr. Also am besten dann. Wenn es soweit ist. Drücken wir halt mal drauf. Hier Formio Normal. Formio Sonne. Formio Regen. Formio Eis. Sind alle unsichtbar. Schuppé. Barnett. Zwirlich. Zwirrklop. Der Rest kommt wieder. Unten. Hinten. Tropius. Hier vor allem. Ja die Spoofer. Die haben immer alles. Immer die perfekten IV für die GBL. Und sonst was. IV egal. 100%. Und dann einfach ein bisschen gepusht. 100% ist auf jeden Fall nicht das Beste. Was ihr für die Superliga haben könnt. 100% Sammler. GBL Spieler. Sind zwei komplett verschiedene Sachen. Palim Palim. Absol. Absol auch aus. Zwei Absol. Verstehe ich nicht. Den hier. Der war für einen Minicub. Genau. Dann haben wir hier noch so und so. Hier haben wir da. Das ist auch alles voll. Weil Reiser. Der dürfte auch auf Level 50 sein. Perlurelikant. Libiskus. Kann man ja nicht entwickeln. Kindwurm. Ist auch unsichtbar. Da fehlt ein Drashell. Aber ich kann jetzt nicht mein 100er Kindwurm entwickeln. Das wäre böse. Wir haben aber hier das 100% Shiny Lucky vom C-Day getauscht von Super Sani. Da können wir ein Power-Up machen. Mit XL Bonbons. Dann können wir nichts mehr machen. Und schon hebt er sich ab. Und ist höher als die anderen. Ihr seht. Der war gerade an zweiter Stelle. Jetzt ist er an erster Stelle. Hier Metagross. Was können wir da machen? Metagross hat was auf dem Kopf. Genau. Den pushen wir auch ein bisschen. Damit er sich auch abhebt von den anderen. Dass der der Anführer ist. Der ist heftig. Der Boss. Der kommt auch jetzt auf über 4.000. 4.100. Also das wirbelt alles neu auf und durcheinander. Hier haben wir Latios. Ist gemaxed. Wir haben Latias. Ist gemaxed. Wir haben Kayogre. Ist gemaxed. Zweimal sogar Groudon. Da kann man was drauf geben. Das macht man natürlich auch gerne. Sind nur 3 Pushs. Fast 4.2. Da hat man jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Egal. Da dürfte auch nichts gehen. Genau. Rayquaza zweimal da. Shellas. Dings. Panflam. Bums. Hier fehlt auch wieder die zweite Stufe. Wir entwickeln also einmal den brennenden Affen. Aufs Zweite. Aufs Zweite natürlich. Das muss man vorher machen. Mensch. Dass das die Animation nicht überspringt. Das dauert immer so lange alles. Jetzt haben wir den. Panpero. Genau. Oh. Guck mal. Perfekt für die Superliga. 14,39. Wenn wir da jetzt noch ein Power-Up geben würden. Guck mal. 14,96. Aber das ist für GBL vielleicht Platz 50. Und nicht die beste Kombination. Plinfa. Genauso. Fehlt auch das Zweite. Das heißt. Wir entwickeln einen Plinfa. Aber damit wir auch wieder die zweite Stufe haben. Und ich hätte mir was zu trinken herstellen sollen. Weil das Video ja trotzdem etwas länger geht. Aber wenn heute kein Stream kommt. Ist das ja vielleicht um den Tag zu retten. Habt ihr was. Was 10 Stunden geht. Den ihr euch angucken könnt. Oder auch nicht. Müsst ihr nicht. Ist egal. Blieb drin. Ja. Bleib besser drin. Ich sag's dir. Starra Lili. Starra Via. Da hat's ja. Da hat's ja Purze. Dings. Oh. Von. Rosil. Ja. Da hab ich wohl alle entwickelt. Die sind wohl alle fort. Ne. Ist auch Level 50. Auf 3. 3. 5. 9. Muss wieder was her. Ramaydon. Cognodon. Alles dabei. Schilderos. Bolderos. Hier auch 14,96. Das ist nicht perfekt. Für die Superliga. Das ist totaler Trash. Burmi. Burmadam. Burmi. Vadribie. Männlich. Weiblich. Pachirizo. Barmelin. Kinoso. Kinoso. Schalelos. Da kommt der Affe ins Spiel. Der Affe war auch mit Stein. Zum Entwickeln. Oder? Deswegen steht er hier so alleine. Egal. Da sind die Hasen. Genau. Da kommen die ganzen Sino-Entwicklungen. Also nicht wundern. Dass die Vorentwicklungen ja woanders sind. Charmians. Gungapu. Bronzel. Plaudergei. Kaumalat. Knachsel. Hier Knackrag. Was geht mit Knackrag? Alter Bruder. Da können wir auch ein Power-Up geben. Mehr leider nicht. Ein Power-Up geht auf jeden Fall. Der Rest geht nicht. Da fehlt einiges. Mach mal Kaumalat. Z-Day bitte. Na Yentik. Wenn du zuguckst. Mach mal bitte Kaumalat. Z-Day. Da kommen die Hippos. Pions Gorak. Pions Gorak. Gli Bungalat. Gli Bungalat. Finneon. Wenn du Fliebis. Mega Rex Blizzar. Auch eins. Was ich. Auf Level 50 gepusht habe. Seht ihr auch hier. 3-8. Okay. Ist nett. Ne. Ähm. Sni-Buna. Könnten wir eigentlich irgendwann mal als Best Buddy machen. Oh. Ich glaube Magnezone. Komm Magnezone. Magnezone ist heftig. Magnezone ziehen wir noch ein Stück hoch. Müssen wir auch irgendwann mal als Best Buddy machen. 3-4. Okay. Gute Sache. Schluppleck ist egal. Hier haben wir den Rihonja. Der hat leider nichts mehr. Er ist bei 3-8. Tango Loss. Ist jetzt nicht so cool. Aber hier. Ist auch 100% Glücks geworden. Das heißt er ist auch günstig zum Pushen. Wir haben ein paar Bonbons. Wir können also. Den auch noch ein bisschen von 3 auf 3 2 pushen. Ile Voltec. Auf jeden Fall. Den finde ich vom Design her mit am coolsten. Am aller coolsten. Der Marke Brand ist Schrott. Toggekiss geht nix. Jan Mega ist nix. Von die Purba. Müssen wir natürlich auch auf Level 40 ziehen. Wenn wir es mit den Kollegen schon gemacht haben. Kommen die auch auf 2-9. Knackt leider nicht die 3. Aber dann kommt Glaciola. Das hat jetzt ja schon viel mehr. Und das ist schon auf 40. Aber das könnte man pushen. Denn Glaciola insgesamt käme auf 3,5. Lassen wir aber erstmal. Ich weiß nicht wie es mit Filinara ist. Wie gut Filinara ist. Wie hoch das kommt. Und vielleicht sollte man alles in Filinara rein pushen. Hier Mammutelarmee oder Mammudelarmee. Mammutelarmee. Voluminas. Zwirffinst. Andi der Wanderer. Da können wir auch mal was drauf geben. Den müssen wir aber auch noch zum Best Buddy machen. Aber ist ein 100er legendäres. Können wir also auch pushen. Ohne Bedenken. Und den Staub dafür rausschleudern. Giratina. Da fehlt leider auch alles. Floing. Hier zweite Stufe fehlt. Einmal entwickeln bitte. Einmal anstellen und entwickelt werden. Du kleines süßes Floing. Da wäre es jetzt natürlich nicht so schlau. Wenn man das zur dritten Stufe entwickeln würde. Denn es kommt ja sicherlich noch der Seaday mit Floing. Und Spezialattacke. Seadayattacke. Wie auch immer. Ferg. Ogel. Aber dann können wir ja das dann nehmen. Und nochmal weiter. Oder irgendwas. Oder wir müssen auch gar nichts. Otaro. Kommt damit es besser aussieht. Wusste ich nicht. Fehlt noch ein Otaro. Damit es besser aussieht. Machen wir ein Otaro mal weg. Entwickeln das eine Otaro weiter. Dass wir da wenigstens nicht zwei Otaro haben. Sondern ein Otaro und ein Zwodronin. Oder wie das heißt. Zwodronin. Wer denkt sich solche Namen aus. Admurai gibt es nicht. Dann hier. Yorclef. Feli Nu. Veggie Mag. Grill Mag. Sodamag. Somniam. Dussel. Gur. Elezebe. Oh. Mir fehlt ein Kießling. Flick Noil. Aber das kann ich jetzt glaube ich nicht entwickeln. Denn damit muss man laufen. Ein Kilometer. Müssen wir irgendwann nochmal machen. Rodomurf. Stalobor. Oh doch. Schallquap. Auch verkackt. Zwei Branawatz. Aber das mittlere nicht. Das liegt aber daran. Man musste ja ein weibliches entwickeln. Man musste ja ein männliches entwickeln. Damit man da die Familie voll hat. Jutesto. Komm der ist cool. Der ist dick und cool. Das heißt den pushen wir auch mal auf Level 40. Machen den voll auf 2.5. Hättest du 2.4 gemacht. Denk an die Hyperliga. Ne. Ich glaube der kann nix. Und deswegen. Caradonis. Toxi. Pad ist da voll. Dingsbums. Waumball 1. Dresilien. Warschuft. Flampivian. 100%. Gehen noch zwei Powerups. Genau. Auf was kommt der auf? Auch 3.5. Wie Glaciola. Okay. Machen wir hier auch noch. 3.1. Noch was. Ich weiß noch. Sabrina hat damals von meinem Ei ein 98er bekommen. Glaube ich. Fand sie sehr cool. Hat sie glaube ich dann auch entwickelt. Hier. Maracamba. Lito. Myth. Zurokex. Was machen wir mit Zurokex? Zurokex zu lassen. Zurokex entwickeln. Bonbons wären da. Man könnte es theoretisch. Wenn man das jetzt hochziehen will. Also auf Level 40 machen. Ohne Probleme. Könnte sogar noch ein bisschen mehr. Wenn es entwickelt ist. Hm. Auf wie viel kommt Zurokex, wenn es entwickelt ist? Wir entwickeln es mal kurz. Wir entwickeln es mal. Gucken wir mal, wenn man das hochpushen würde. Zurokex ist was, was glaube ich viele trotzdem aber in der Superliga spielen. Also Irokex wäre jetzt glaube ich nicht so gut, wenn man das komplett maxen würde. Da bin ich jetzt wieder auf euer Feedback gespannt. Ihr kennt euch ja da aus. Was macht man damit? Das ist jetzt hier, obwohl Superliga, ihr wisst ja genau, braucht man ja wieder andere EV, andere Werte. Das würde kommen auf, oh genau 1,5. Und insgesamt auf 2,5,8,1. Oder auf 2,4,9,1. Wir erlauben uns mal den Scherz. So. Wir pushen den einfach mal genau auf 1,5. Den werde ich wahrscheinlich nie spielen in der Superliga. Weil ich, ach Superliga, alles klar. Kann ich ja demnächst mal GBL spielen. Dann kommt die Meldung immer, dass jetzt die Hyperliga gewechselt ist. Und ich, hä? Ich habe doch noch gar nicht in der Superliga gespielt. Ich verpasse das immer. Aber die Leute sagen immer, ne? Für GBL. Du hast keinen Vorteil in der GBL, wenn du die GBL nicht spielst. Also das ist ein bisschen doof. Pico Chiller, Molli Morba, da war es auch fertig. Die Familie Monozyto. Monozyto, habe ich hier 2 Lappen auf dem Topf. Das heißt, ich werde mal eins auch durchentwickeln. Aber es fehlt noch ein Monozyto. Und ist das nicht ein schönes Pokémon? Guckt es euch an, wie das da einfach so aussieht. Wie Rotz aus der Nase. Und wird immer glibbriger. Mythodos. Ich habe den Namen noch nie gehört. Kein Wunder. Und Zytomega. Mal gucken, ob das passt. Aber Mythodos. Mit Gyros, genau. Mit Goros. Mit Todos, Mythodos. Das sieht auf jeden Fall... Hat Zytomega eine Megaentwicklung? Mega Zytomega? 2,6. 2,6 klingt gut. Auf was kommst du, Bruder? Zeig uns das. Auf 3,300 noch was. Wir könnten auf 3,1... Wollen wir das entwickeln? Und so hochziehen? Komm, wir machen das mal. Weil irgendwie... Ich finde das Pokémon trotzdem irgendwie cool. Wir machen das mal auf 3,039. So, hat auch Spukball. Spukball. Pikulende. Svaleres. Gelatini. Sesokits. Verschiedene Formen. Aber irgendwie habe ich nur zwei Formen. Und das eine Kronjo will. So und so. Laukab. Sehr gut. Fehlt. Der Bruder. Tarnbeeknon. Quabbel. Marmolita. Was der Kassadur. Klick. Da auch durch den Tausch hier. 100% erhalten. Das sieht sehr gut aus. Zabladin. Zabladin. Zabalek. Wie sieht das aus vom Level? Das ist niedriger. Das ist noch niedriger. Aber ich glaube, das muss ich entwickeln. Denn ich habe das Lucky. Weibliche entwickelt. Wir können ja drauf gucken. Da sehen wir es ja. Das muss man nämlich beachten. Also hier. Lucky. Neues Pokémon. Ihr wisst. Lucky. Männlich. Weiblich. Männlich. Weiblich. Und hier seht ihr. Wir haben weiblich. Wir brauchen ein männliches. Das ist männlich. Also muss ich hier das. Männliche entwickeln. Dafür können wir auch mal ein paar Bonbons opfern. Und wie der Pokédex wieder perfekt ist. Diese komischen Steine haben wir sowieso genug. Das heißt Einholdsteinen. Ja. Die Einholdsteine haben wir genug. Sinosteine haben wir auch genug. Früher Mangelware. Früher waren auch die normalen Entwicklungsitems Mangelware. Jetzt wirft man die regelmäßig weg. Aber. Ihr seht. Eigentlich verpasst man nie was. Und man kriegt alles immer wieder. Und sonst was. Zappler. Nein. Warum ist das denn jetzt weg? Die ganze Zeit konnte ich machen was ich will. Und ich war immer wieder da wo ich war. Und jetzt bin ich plötzlich irgendwie woanders. Aber wir waren ziemlich weit unten glaube ich. Das heißt wir müssten gleich wieder hinkommen. Und dann auch bald fertig sein. Bruder. Versteck es doch nicht. Ich werde es eh finden. So. Jetzt. Wenn wir das aber haben und das haben. Dann muss ich natürlich aber die zweite Stufe nochmal entwickeln. Das heißt ich brauche nochmal 25 Bourbons. Ich weiß es ist Event Pokémon. Es sitzt jetzt noch da. Man. Ich sage immer spart. Aber. Ich will jetzt im Video das fertig haben. Deswegen entwickeln wir das Zappler den nochmal. Dass wir die Familie voll haben. Die Familie voll haben. Als Hunderter. Alle drei Stufen. Männlich weiblich durchentwickelt. Lucky durchentwickelt. Perfekt. Ich weiß nicht. Worauf legt ihr Wert bei eurem Pokédex dann? Ich habe alle Pokémon als Lucky eingetragen. Das ist mir das Wert gewesen. Und alle als männlich und weiblich. Die drei da. Genau. Pygraul und Lichtl. Dingsbums. Gelabra. Sonst was. Was geht ab Bro? Den können wir auch noch einen Power-Up geben. Ist ja auch schon Best Buddy. Also wenn sie einen Aufkleber auf dem Kopf hat. Können da ruhig XL reinstecken. Sibirio Fregometri. Ja mal. Schnuthelm. Komm Schnuthelm. Ihr wisst. Tauschentwicklung. Wenn ihr eins entwickeln wollt. Fangt eins. Lasst euren Homie eins fangen. Tauscht das. Und dann könnt ihr es nach dem Tauschen direkt entwickeln. Kostenlos. Wenn nicht. Kostet das 200 Bonbons. Bonbons. Aber wenn ihr natürlich einen Hunderter habt. Und das wegtauscht. Dann habt ihr natürlich keinen Hunderter mehr. Also entwickelt man einfach das. Und jetzt hat man keine Bonbons mehr. Wie man sieht. Wie hoch kommt das aber überhaupt? Auf 2,7. Ich interessiere mich meistens eigentlich wirklich immer nur. Wie hoch die kommen. Und nicht. Wie jetzt die. Wie nah die bei den GBL Sachen rankommen. Äh. Trigge Fallo. Ja. Da können wir auch. Wie viel? 2. Hm. Machen wir den hier noch auf 3,6. Dann seht ihr gleich 2 Cobalium. Eins ist schon hier gepusht. Weiter geht's nicht. Und wir haben noch ein Hunderter. Da könnten wir sogar noch. Powerups drauf geben. Guck mal. Das können die hier auf 2,5 ziehen. Und dann sagen. Guckt mal mein Cobalium. Mit 2,461. Schlagt mich bitte. Dann machen die das bestimmt auch. Regiram. Können wir nichts machen. Hier haben keine Bonbons. Aber ist 100 da. Zekrom. Ist 100 da. Aber wir haben keine Bonbons. Badilp ist da. 100. Aber wir haben keine Bonbons. Doch wir haben Bonbons. Das heißt wir können. Wieso habe ich da Bonbons? Wir können da. Ey das sieht gut aus. Wir könnten das auf 3,6,8,9 machen. Ich mache es aber mal auf 3,6,6. Weil irgendwie das fetziger aussieht. 3,666. Da D3. Da D3. Da Froxy D3. Scobble Dattiri. Da D3. Genau. Fiyaro müsste ja auch auf Level 50 sein. Äh. Der Leopard. Klavion. M. Uf. Uf. Na hier. Hier sind wir auch auf Level 50. Das passt. Und der zottelige Lauchzelot. Ja. Dann war es das eigentlich. Theoretisch. 40 Minuten Video. Aber ich glaube. Vielleicht war es für die einen oder anderen trotzdem interessant. Ich meine. Das waren mal jetzt so die Hunderter. Die ich momentan so habe. Ein paar werde ich trotzdem glaube ich irgendwann noch aussortieren. Und. Achso. Wie viel Staub haben wir jetzt noch? Wir hatten vorhin 10 Millionen. Jetzt sind wir bei. Huah. 7,4 Millionen. Knapp 3 Millionen Staub ausgegeben. Okay. Kann man mal machen. Ähm. Ja. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es mal rein. Ich habe ein paar Fragen gestellt. Auch im Video. Wenn ihr Bock habt. Könntet ihr ja beantworten. Und. Einen netten Kommentar da lassen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.